Hey! Hallo! Ich sehe ja nichts. Machst du das Video oder? Das war toll! Das war toll! Das war toll! Ja, es ist! Du bist sehr sexy! Hallo! So sexy, Mann! Und ich liebe wirklich deine Kleine! Danke! Okay! So, was geht jetzt? Genau! So! So! Hallo! Du kannst dich bewegen, das ist Film! Ach so, ich bin auch im Film? Ja, du bist im Film! Okay! Okay! So, jetzt mach mal einen schönen Streit! Mach das Licht aus! Ich versuche mich gerade nicht hier umzuziehen! Aha! So! So! Ich mach das dir noch im echten Server! In den Spannhaus! Nicht in den Sand. Ja, die können wir am Hotel auswaschen. Kein Problem. Hast du Unterhosen? Aber hallo. So, jetzt ein schönes Glas Wein. Versteht uns ja keiner, ist ja das Gute daran. Du hast richtig Muskeln an deine Oberschenkeln. Sag ich doch, glaubst du das wirklich? Nee, du bist denn da... Diese drei Dinge? Ja, 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 ich spreche nicht von deinen Mädchen, ich spreche von deinen Oberschenkeln. Ich bin gar nicht so, ich habe das Problem mit der Wante. Das ist da, wo du eigentlich scheitert. Genau. So, Schatzi. Alles gut. Wie fühlt man sich? Ah, erfrischend. Gut? Ja, nacht. Alles ganz schön. So. Hättest du aufmachen sollen. Das sicher? Ja, sicher. Die letzte Nacht, wenn ich spiele. Okay. Das ist der Ende des Films von Christian Christen. Having a swim at Mandi Beach. Hey, hallo. Alles gut.